hey liebe leute da draußen auf youtube und herzlich willkommen zurück zu let's play cry of fear und wie ihr seht haben wir besuch ich der las genau bei mich kennt ihr schon von diversen anderen let's play ist beispielsweise one late night auch ein nettes horror game ja auf jeden fall sehr sehenswert wir haben auch das gleiche t-shirt wieder an ich habe dieses hard rock kaffee t-shirt an die auch bei one late night ist aber zufall ja und las wird jetzt einfach mal hier mit in die story geworfen und ich sag kurz fass alles zusammen wir sind so ein komischer typ sind jetzt in dieser in so einem appartement in so einem hostel und auf unserem handy haben wir eine nachricht bekommen dass wir wie heißt es doch gleich zum vierten flur müssen sony ericsson product placement erst mal direkt das hatte ich früher auch das hatte echt gute soundqualität muss man eben lassen und was was genau da hat uns eine person geschrieben dass wir dir helfen sollen und müssen halt irgendwie versuchen in den vierten flur zu kommen sind jetzt aber im dritten okay ja und wir sind jetzt hier in so einer komischen wohnung ja atari ist so richtig zu eine richtig alte spüle ja 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 ich kenne ich kenne ich genial dass sich jemand daran erinnert ja mit viel liebe gemacht so gehen wir mal weiter zum nächsten product placement produkt alter das ist draußen das war glaube ich so am fenster was für eine hässliche einrichtung der teppich ist leicht geschmackslos naja irgendwie ein gefest wäre der erreichbar geschmacklos kann nichts aussehen das ist nur geschmack was ja früher wurde er immer gesagt wo wir stoffe schmecken sollten wo wir schwefel geschmeckt haben am ende alle kopfschmerzen ja und dann alle so meinten sich ja ist das denn nicht gefährlich nein und dann haben wir alle probiert und dann plötzlich alle mädchen so ja wir haben voll die kopfschmerzen nicht nur mädchen aber man muss ja und dann muss dürfen die alle nach hause gehen zu und dann durften alle nach hause gehen und nils und ich haben es auch probiert man so ja wir haben es auch bilden frauen wir hatten es einfach nicht glaubt man sie ja ja ihr habt das probiert genau setzt euch hier erwartet ist die fast ist nicht auf nee ich hab ich hab halt dieses ding um licht zu machen mein handy mein messer und lebensspitzen ist ganz praktisch aber wir können nicht in den vierten stock und auch nicht mit dritten deswegen gehen wir werden in zweitem es geht sogar unerwartet load p1m oh was ist das hier oh ein aufzug kann call egal kann call the elevator it must be stuck but everywhere somewhere irgendwo auf jeden Fall kommen damit auf jeden Fall genau epic fail immer diese Momente wo man um Ecken geht ja und sich dann so denkt so in diesem Flur willst du den jetzt wirklich entlang laufen Jonathan und Lars was Psy Psy was Psy psychologist Endpoint Wardfield ja ja warum nicht ne hallo ist da jemand nein äh wir gehen einfach mal hier rein seems like it's locked from the other side rrrr steht da so ein Typ hinter und sitzt und jetzt kommt er von hinten an und rampt ums um oder alter the door is locked oh Gott rrrr rrrr da liegt ein Zettel auf dem Boden rrrr 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 Interessante Tapete, und gucken wir uns mal dieses Blatt an. Ehe drücken. Ah, wir können uns das hier unten durchlösen, wenn man es nicht erkennt. Ah, okay. Those little kitties are so cute. Wir machen es nicht so abweißen kann. They look so lovely, I just want to touch them. But then those parents come. That's why I have to kill them. Was? Okay, also kitties. Das sieht aus nach einem Pädophilen irgendwie, oder? Diese kleinen Kinder. Sie sind so nett, ich will sie betatschen. Ja, irgendwie schon, oder? Also, das ist nicht grad sympathisch. Uh, da ist ne Tür. Die Schweden, ne? Die Schweden? Unsere Freunde heißen die Schweden. Man kann da rein. What the fuck? Wie ziehen wir das für Bilder von Kinder? Really old. Country. Alter, da liegt doch ein totes Kind, siehst du das? Das ist doch ein totes Kind da, oder? Da auch. Third. Come and play. Alter! Apartment Key, okay. Fuck, Alter, was war das? Das Fenster wurde, glaub ich, eingeschlagen. Was, die Schritte? Das wird immer lauter! Ich hab's gehört. Alter, es wird immer lauter! Ich hab's gehört. Scheiße, Alter! Da komm! Nein, ist vorbei. Lass noch rausgehen, okay? Wir müssen jetzt raus. Ja, los, komm. Oh, ich hab die Katze doch in meinem Zimmer. Ups. Okay. Alles wird gut, Cat. Warte, scheiße, wenn die Katze jetzt gleich kommt, mich irgendwo berührt. Ich krieg hier in die Luft oder Fall von diesem Stuhl oder so. Okay, wir müssen jetzt hier raus. Raus! Okay, raus. Alter, das ist doch... Oh, nee. Warum spiele ich eigentlich immer diese Horrorgames mit euch? Was war das? Da waren überall... Alter, guck dir das Ding mal an. Ist das ein Kind? Ja. Da waren doch jetzt überall so Kinder, oder? Oh, hörst du wieder den Herzschlag? Scheiße. Scheiße, dieses Game ist Psycho. Das ist richtig. Ey, das ist voll... Like a one late night, ey. Ja, ne? Richtig krass. Nur irgendwie so mysteriöser noch. Vielleicht können wir uns einfach auf die Couch setzen. Nein. Scheiße, ey. Okay, okay, warte. Wir haben jetzt einen Schlüssel und da... Oh, guck mal. Apartment Key, a generative Key for an Apartment. There's a note, text on. Neighbor, across. Das heißt, die Tür gegenüber... Gegenüber. Sche... Ops. Scheiße! Oh nein, muss das sein. Hä? From here click... Oh. Scheiße. Oh, Alter. Guck mal, wie wenig leben wir nur noch. Guck mal, jetzt hier der Arm. Das wird erstmal schön beschwitzt. Und die Katze ist weg. Okay, weiter geht's. Fuck, Alter. Das Handy ist echt nicht, was? Ja, deswegen. Guck mal, ganz auseinander. Jetzt weiß ich, warum im Vorspann stand, dass das psychische Probleme geben kann. Toll. Was hab ich getan? Ach, ich bin rausgehoben. Was war das denn? Ich war doch in einem anderen Raum. Ich bin nicht von einem anderen Raum rausgegangen. Egal. Graphic Vane. Was ist Garface? Ich will das gar nicht wissen. Alter, siehst du dieses Badezimmer? Scheiße, Alter. Alter, guck dir das Ding an. Was ist das? Alter. Guck dir das an. Was ist das? Das ist das Badezimmer, oder? Alter, guck mal. Die sind so zusammengehalten. Die einzelnen Körperteile von so... Oder die haben so Tüten in meinem Kopf. Alter. Fuck. Und jetzt ist hier noch so ein Loch in der Wand. Alter, scheiße. Da müssen wir jetzt durch. Oh. Leute, das ist echt krass. Das Spiel lässt die alten Ängste wieder aufleben, dass sich irgendwelche Monster unterm Bett versteckt haben. Das ist irgendwie... Guck mal, das Ding blutet weiter. Der Boden blutet. Nein! Der Boden, ich werde dich retten. Okay, nein. Aber, Alter. Uff. Hä? Da bist du behindert! Aber wir... Jetzt ist die Aufgabe im Arzt. Nein, 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 nein. Das war David, Leute. Den kennt ihr auch von uns. David? Nein, das war mein Vater. Ja, das... Wir ziehen jetzt hier unser Privatleben mit in unsere... Genau. Das ist jetzt hier. Egal, das ist sowieso ein... WOOOOOCK! AAAAAAA! Alter, warte. Boah. Alter, das ist doch nicht mehr witzig. Aber das... Da ist wieder so... Aber da ist wieder so... Was war das? Wie so eine Pflanze, oder? Ne, so eine Pflanze, die bei Mancroft wächst. Ne, wie bei Harry Potter damals. Diese Schnapppflanzen, weißt du noch? Wenn man die übrigens super zaubert hat. Mir ist auch gefühlt, die stehen überall dieselben Schuhe rum. Ja, zack. Dann kann ich das nächste Loch gelaufen. Oh nein! There are something in the ceiling. Das ist... Weiß ich auch nicht. Aber kümmer das. Was ist denn? Zombie mit einer Luffung? Wir haben nicht mehr Munition. Warte mal ganz vorsichtig. Alter, krass. Nein, 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 nein. Ich will jetzt die Taschenlampe mit dem... mit der Waffe. Hey, die Waffe liegt doch da jetzt. Doch, da liegt ein Magazin. Kannst du jetzt damit schießen, weil... Ja! Loll. Diesen einen Ding nimm das denn nicht. Weil man kann in Cry of 4 Kastchen Sachen erstellen, so Kastchen-Campagnes, die so in anderen Sachen... So Pyramide oder sowas war das, was wir gespielt haben. Das war so ein Tempel, Alter. Das war so wesentlich, ey. Die konnten wir nicht schießen. You unlocked the lock. Oh Gott. Ach, das ist diese Klinik. Das ist diese Tür. Verstehst du, das war doch diese Tür, die verschlossen war von der anderen Seite. Bei dieser Klinik von seinen... Ja, von diesen Psychologen. Oh Gott, das wird richtig krass, ey. Oh Gott. Wir haben noch diesen Hawkey. Ich glaube, die Hall ist da hinten, oder? Jetzt werden meine Freunde mir wieder vorwerfen, was für eine Pussy ich bin. Aber Leute, das ist jetzt fucking gruselig. Scheiße, ich hab die... Das ist wirklich fucking gruselig. Das ist so gruselig, Alter Scheiße. Scheiße, ich hab jetzt das Ding da geanlockt. Geh mir da rein. Lifefucks! What the fuck?! Was sind das für Teile?! Guck dir das mal an, das sind so riesen Embryos. Scheiße, Leute. Was ist das für ein Sound? Ach, das ist der Element. Und wird der mal lauter? Scheiße. Alter, ey. Ich weiß nicht, warum ich mich dazu... Alter. Soll ich dir das Geilste sagen? Ich mein, du kennst das erste Let's Play doch nicht. Und da hab ich gesagt, Lars, wenn wir das Ball gespielt hätten, Wir hätten da schon längs abgebrochen. Jetzt spielen wir das zusammen. I can't call the elevator. Scheiße, ich glaub wir müssen da runter. Scheiße, Alter. Vor allem auf den Kopfhörer. Boah. Ja. Wir haben beide jetzt so... Lars hat nämlich... Also ich hab ja Beats und Lars hat jetzt... Richtig geile Marke. Hausaufgaben. Ach, Marley. Richtig geil. Kennt niemand, ist aber übelst geil. Beides ziemlich teure Premium Kopfhörer. Dann ist der Sound auch noch so extrem dann. Oder... Boah. Gibt's dir das jetzt auf beiden Seiten oder was? Ja, ich hab das jetzt... Ach so, gewechselt. Ja, weil auf der linken Seite ist der Bass stärker. Aber dann hör ich nicht so gut, also mal, dass ich das wieder anmüsse. So. Wir haben Angst. Beschäftigen wir uns mit dem Wandmalerein. Mars. Wunderschön. Mars. Guck mal, wie der Schleich war. Was reimt sich auf Mars? Warte. Das ist bestimmt irgendein Witz, den jeder sofort versteht, aber ich nicht. Warte mal. Lars. Lars! Scheiße. Da kommt wieder irgendwas. Das wär's dir. Geh an die Waffen. Geh an die Waffen. Geh an die Waffen. Das ist mein... Ach, der Elevator. Weißt du mal wenigstens, was auf dich zukommt? Ja, weißt du das nicht. Jetzt passen immer so verkrüppelte Kinder oder so. Alter, das ist doch... Ja, neues Magazin. Ja, hier sind natürlich komische Kinder und sowas. Ich will das nicht mehr. Alter. Ich freu mich immer, wenn die Tür... Ja, wollt ihr auch. Ich freu mich immer, wenn die Tür... Oh Gott. Alter. Ich freu mich immer so. Alter! Ein Kind oder sowas. Nein, das war ein Baby. Ja, und es hat gehelt. Scheiße. Kill Yourself spiel Call of Duty Black Ops 2. Ich will auch Call of Duty Black Ops 2 spielen. Nein. Metten, diese Wohnungstür geht jetzt auf. Nein! Du hast die Wahl. Links oder rechts? Beides ist dunkel, wenn du dich nach links drehst und rechts, dass man da steht und dich von hinten anfällt bis zum... Ich hätte hier jetzt gerne so die... Die, die, die Assassin's Creed 4... Ah, oh, genau. Ja. Ne, noch besser. Ne, so versteckenden Pfeifen, weißt du. Achso. Und dann, dann kommt das Kind da, so lange wir mal vor oder so. Woran gehen wir? Ich weiß es nicht. Wozu würde der Mensch eher tendieren? Rechts, oder? Rechts meistens. Dann geh nach links. Was wirst du denn von dem Sack? Keine Ahnung, das ist Psychologie. Ein Tonbandgerät. Warte, wir suchen jetzt noch die Tonbandgeräte, das sind die Speicherpunkte. Mir ist gerade voll schwimmelig. Wir gehen gleich raus, Lars. Wir haben es gleich geschafft. Hast du was? Achso, da sind diese Kastiengänzen, die wir spiegeln. Hier, da ist ein Tonbandgerät, wir speichern das jetzt. Wir speichern jetzt und dann ist es vorbei, okay? Dann haben wir es geschafft, Lars. Okay. War das scheiße gruselig. Alter. Saving Process und Checker. Total fertig. Alter, One Late Night ist dagegen sogar noch ein Witz, ey. Vor allem, ich schwitze, ne? Ich schwitze, richtig. Ich schwitze, tue ich nicht, aber trotzdem. Ich stehe so voll hinter Spannung so. Alter, okay. Ja, aber du spielst ja auch. Okay, ne? Nein, wir gehen jetzt nicht weiter, wir hören jetzt auf. Wir haben es jetzt weit geschafft. Auf jeden Fall ist es schön, wenn ein anderer neben dir sitzt und du weißt, du hast noch jemanden, der mit dir führt. Okay, also Leute, nein, es wird nichts passieren, aber okay, ich würde mal sagen, das war's von Cry of Fear, dem Let's Play Together Part von mir und Lars. Vielleicht kommt ja noch mal einer. Vielleicht kommt ja noch mal einer. Vielleicht, wenn wir uns irgendwie dazu abraten. Wenn heute eine lange Nacht wird. Ja, ich glaub, ab einem gewissen Zeitpunkt wäre das nicht mehr so empfehlenswert, sonst wecken wir unsere gesamte Nachbarschaft aus. Aber bis dahin erstmal gute Nacht, schlaft schön, träumt was Schönes. Und wir sind auf eurer Seite und ciao hiermit. Von lieben kleinen Kindern. Genau, von lieben kleinen Kindern. Also, ciao Leute. Bis zum nächsten Part.